hey ho und herzlich willkommen zurück leute zu einer neuen folge von salon dark wir haben ja in der letzten folge der grauen mutter geholfen und wir haben hier endlich das bankschließfach besorgt dort war wohl ein gegenstand ihrer tochter drin ich glaube mal sie ist gestorben denn sie hatte irgendwas erwähnt gehabt was ich nicht ganz verstehen konnte aber das macht gar nichts jedenfalls bin ich jetzt gerade unterwegs um milton zu verlassen und dazu müssen wir übrigens hier hinten lang zum verlorenen paradies wo es mich genau hinführt weiß ich noch nicht aber wir werden jetzt erstmal die gegend angucken übrigens ist dahinten seil ich schätze mal wir müssen da hoch irgendwie hinaufsteigen oder so was man so erst mal das holz mitnehmen dann können wir uns vielleicht später mal was zubereiten noch ja schmerzmittel und streichhölzer nice und schlafsack dann können wir eigentlich den mit 20 prozent kaputt machen müssen wir überhaupt der hier aktion zerlegen wir haben so viel stoff aber ganz ehrlich wir brauchen das eh noch ane da kriegen wir zehn mal stoff raus verstehe ok jedenfalls sind wir mal auf der suche nach unserer ex nach astrid glaube ich so wie heiße oder heiße sie lebt ja noch so viel wir wissen was ist das hier überhaupt zedern ass da kriegen wir auch perfekt das nehme ich jetzt extra mit falls wir nämlich ein feuer machen müssen und da hoch müssen wir anscheinend klettern das könnte eventuell wenn ich pech habe gerade zu reichen ganz ehrlich das spiel hat schon was das hat einen geilen artstyle und eine coole erzählweise ich mich so komisch an wir scheinen übrigens erschöpft zu sein warum auch immer wie viel durst hat dann eigentlich oh ich muss die hose reparieren weil ansonsten ist die mit mich irgendwann hin durch übrigens schneestürme oder so ja da kann man übrigens auch sterben oder beziehungsweise die ausrüstung geht dann kaputt ich habe das teilweise wieder repariert aber nicht alles ich habe durst und ein bisschen hunger und müde bin ich auch ok jetzt sind wir schon mal drüben und wie wir sehen können befindet sich hier im wasserfall also wir kommen langsam genau dahin wo wir eigentlich hin wollen hier sollte bloß kein sturm auftreten hier haben wir auch ein totes tier ich frage mich übrigens auch ob wir noch weitere überlebende finden also von den gefängnis insassen weil hobs oder hips oder wieder hieß den habe ich ja am leben gelassen den habe ich ja nicht getötet fragt sich ob das eine gute idee war oder nicht oh das könnte echt gefährlich werden weil hier können sich auch irgendwo wölfe tummeln ist genauso im eck hier wo man sie eventuell zu spät kommen sieht und ich habe nur ein messer ne warte mal habe ich überhaupt messer ich glaube ich hatte eins mitgenommen ich bräuchte einen größeren rucksack okay wir nähern uns jetzt wo ist hier hin also ein baum hochkackseln ist okay eine gute idee ich kann da nicht hochklettern ach so hier ist sowas wie eine mini höhle regionen im milken verlassen ich weiß gar nicht ob die erste episode endet ich glaube nicht wir haben ungefähr 90 prozent fortschritt warte mal jetzt befinden wir uns in einer höhle zählernholz ich habe auch keine taschenlampe keine taschenlampe keine warte mal ich brauche ein feuer das ist mir zu gefährlich das ist mir wirklich zu gefährlich ne ich nehme mal ein zunderbühel eigentlich ist egal was ich nehme hauptsache es brennt erstmal weißt du was ich übrigens glaube ich hatte es glaube ich schon in der letzten folge erwähnt dieser eine fremde der eine fremde kommt mir sehr bekannt vor ihr müsst mal nochmal zurückspulen am besten wenn man sich den nämlich genau betrachtet ich zeige euch mal ganz kurz was hallo dann hat er sogar die gleiche kleidung an wie wir und das ist komisch er sieht auch ein bisschen aus wie wir also wie mckenzie und das ist schon ein sehr sehr komischer zufall also entweder es ist eine einbildung oder aber ich weiß es auch nicht ein Zeitreisender oh Gott das will ich jetzt falsch laufe okay nicht dass ich mich verlaufe oder sowas die fackel wärmt uns zum glück auch ein bisschen auf ähm okay warte mal ich nehme den mal mit da mal kohle die nehme ich auch mit ganz ehrlich hier könnten auch wölfe sich tummeln und was hat hier gerade geschallt vielleicht kommen wir auch gleich raus ich meine vielleicht ist die hülle nicht so groß ich könnte auch ein bär irgendwo sein ich muss mich beeilen weil die fackel geht mir nämlich gleich aus wenn ich Pech hab oh eine magnesium fackel vielleicht sollte ich auch gleich eine benutzen warte mal nee 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 hier also ganz ehrlich das ist mir überhaupt nichts ne in dieser scheiß Höhle ist da schon der Ausgang das ist verdammt gut man ich weiß sonst auch gerade nicht mehr ich hätte nicht gewusst was ich sonst machen soll das wollte ich eigentlich gerade sagen scheiße oh gehen wir gleich zur zweiten episode entschuldigt wenn ich vorher wusste dass das so kommt dann hätte ich es anders gemacht auf jeden Fall haben sich den Entwicklern dafür bedankt dass man die erste episode gespielt hat oh die Musik ist so geil dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja ich bin wahrscheinlich deswegen verletzt weil ich so überladen bin wie soll ich denn dann wieder zu ihm zurückkommen alter da ist eine alte hütte ich muss mal gucken ob ich irgendwas ablegen kann oder zumindest was essen und trinken kann totes holz so nennt sich dieser ort hier interessant ich muss feuer machen ansonsten wird es hier nichts wer hätte gedacht dass das teilweise echt so krank ist mal toll hat nicht funktioniert gerade was ich sehe jetzt überall hier scheiß bären es wird noch ewigkeiten dauern ich muss auf jeden fall erst mal ein ort finden wo ich dann ausmachen kann bin ich jetzt überhaupt richtig wo geht es da lang ich gucke jetzt lieber auf die karte perfekt ich bin mir ziemlich sicher dass der bär hier irgendwo ist so warte mal ich brauche jetzt erst mal das ups nicht festmachen danke folge jetzt der stromleitung ich seh mir noch ein bisschen um da hinten ist ein wolf ich sollte tiere aber wenn nur erschießen wenn ich entweder kein essen habe oder mich wehren soll anderenfalls erschieße ich keine tiere ok der haut ab früher oder später soll es aber so vorkommen dass die einen auch angreifen in echt würde ein wolf sich nämlich auch nur dann wehren wenn da eine engel getrieben wird oder sehr großen appetit hat ist hier nicht irgendwo eigentlich ein gebäude müssten gleich da sein ne jetzt erst mal zu dem gebäude gleich vielleicht finde ich da irgendwas der haut ab kann mich auch übrigens nicht drucken ne zum glück haut der auch ab ich gucke gleich dann nochmal nach äh mystery lake okay kannst doch wohl da hochsteigen eventuell lebt hier in diesem gebäude jemand oder aber es ist leer ich würde natürlich das bevorzugen wenn es leer wäre cool dann war stoff leider nichts drin scheinen scheint vielleicht auch schon eine weile verlassen zu sein oh was haben wir denn hier lampenöl ich denke ich kann das benutzen oh wir können auch später handeln wie geil ist das denn auf jeden Fall kann ich das jetzt hier nutzen wir gucken uns das mal ein bisschen an der gefrorene angler ein lehrbuch über das eisfischen cool gucken was in der kühlbox drin thank goodness soda orange limo okay Okay, ich habe so viel Zeug mit, wir werden jetzt erstmal eine eigene Limo trinken und als nächstes müssen wir das geschmacklose Trockenfleisch essen. Ich müsste eigentlich was weglegen, ne, also. Äh, ne, das würde ich nicht mehr essen, ist ja schon schimmlig. Oh, Schlüssel zur Seehütte, dann machen wir mal mit. Ich müsste eigentlich auch schlafen. Oh, was haben wir denn da? Salzkracker. Ich nehme es erstmal mit, man kann es immer nur wegschmeißen. Hier scheint aber auch schon eine ganze Weile niemand mehr gewesen zu sein. Da sind nämlich schon Spinnenweben dran. Und ich kann hier sogar den Ofen beheizen. Rätsel, See und Umgebung, okay. Warte mal. Ich weiß, wir sind schon so schwer. Aber ich will schon mal ein Feuer machen. Ähm, warte mal. Ja, die Erfolgschance. Das ist ja eigentlich Quatsch. Stock. Ich kann ja eh gleich das noch verlängern. Das ist ja erstmal die Hauptsache. Ne? So. Also. Das war für drei Stunden erstmal. hier Licht oder Wärme. Brauchbare Cargohose. Ich muss gleich mal gucken, ob man irgendwas davon getragene Thermounterwäsche nehme ich auch mal mit. Oh Gott, ich bin viel zu voll. Das Kaninchen müssen wir auf jeden Fall als nächstes essen. So, Aktion. Warte mal, reparieren erst mal. Wie hoch ist es jetzt? Ich sehe es gerade nicht. Ah, okay. Das reparieren wir jetzt auch nochmal. Auf jeden Fall ist noch Tag. Das ist schon mal schön. So, warte mal, wenn ich die jetzt anziehe. Ach so, ich verstehe. Ich dachte, jetzt sieht nur eine der beiden Sachen an, aber anscheinend nein, jetzt sieht gleich beides drüber. So, die Schuhe werde ich jetzt noch reparieren. Ich bin ein bisschen müde und Durst habe ich auch. Stapelpapier. Wie man sieht, war ja entweder jemand, der gerne gejagt hat oder ich weiß auch nicht. So, den Stuhl kann ich kaputt machen, ne? Das mache ich jetzt übrigens extra, damit wir nämlich nochmal Holz bekommen. Dann war Stoff Wanderstiefel. So, warte mal, wir werden jetzt erst mal garen. Und zwar... Das ist doch... Hä? Warum kann ich denn dieses Kaninchen nicht... Ach so, ich muss es erst zerlegen, ne? Verstehe. Und den Rest schmeiße ich weg. So, den Rest esse ich hier auch noch. Und wir werden nochmal einen Schluck trinken. Ja, wie gesagt, wir werden eine Menge in den Menüs leider verbringen, weil ihr seht schon, es ist wichtig, dass man halt an alles denkt, ne? Okay, Leute, wir spielen jetzt ungefähr 37 Minuten. Also, in der nächsten Folge sollten wir uns weiter auf den Weg machen. Ich meine, wir haben jetzt hier ein Feuer. Wir können uns ausruhen. Ich habe aber auch, glaube ich, irgendwo einen Energy-Riegel oder sowas. Oh, schimmliges Kaninchen roh. Gottes Willen. Kommt erst mal weg. Das sollte man zubereiten. Naja. Auf jeden Fall hat es mich wirklich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sind wir so bei der nächsten Folge. Vielleicht wird die nächste übrigens dann auch wieder ein bisschen länger. Ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei sein würdet. Bis dahin, ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und Tschüss.